Hallo und herzlich willkommen zu Wir werden alle sterben, dem Wissenschafts-Videocast aus dem Spektrum-Bunker. Auf vielfachen Wunsch unserer Zuschauer werfen wir heute einen Blick auf das vielfältigste und reichheitigste Biotop im Haushalt, nämlich den Kühlschrank. Und natürlich haben wir auch bei Spektrum-Kühlschränken und wir haben uns das deswegen nicht nehmen lassen, einfach mal zu überprüfen, was denn so an Mikroorganismen in so einem Kühlschrank wächst. Dazu haben wir uns diese schönen Petrischalen mit Nährboden beschafft, sind in die Küche gegangen und haben von verschiedenen Stellen im Kühlschrank mit einem Wattestäbchen Proben genommen und das einfach mal wachsen lassen. Der Redaktionskühlschrank sah zu Anfang an so sauber aus, dass ich mir durchaus Sorgen gemacht habe, dass wir eigentlich gar nichts finden könnten, aber glücklicherweise hat sich das nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Wer unsere Folge über die Spülmaschine gesehen hat, weiß, dass selbst in einer harschen und wechselhaften Umgebung wie eben der Spülmaschine, einige hartnäckige Organismen überleben können. Der Kühlschrank ist im Grunde das genaue Gegenteil. Er bietet gleichbleibende Temperaturen, feuchte Oberflächen und sehr, sehr viele Nährstoffe. Und so ist er eigentlich das perfekte Biotop für alle Arten von Mikroorganismen. Das erste, was man dann im Kühlschrank findet, sind natürlich Schimmelpilze und ihre Sporen, weil Schimmelpilze, das muss man einfach so sehen, die sind überall, auch im Haushalt. Zum Beispiel findet man den Gießkernenschimmel Aspergillus fumigatus, den eigentlich jeder von euch schon mal gesehen hat, mindestens die Leute, die in einer WG wohnen. Diese Schimmelpilze können durchaus Menschen befallen. Sie bilden dann Kolonien in der Lunge, in den Nebenhöhlen oder auch mal im Gehirn. Ihr könnt mal Aspergillum googeln, wenn ihr mutig genug seid. Aber im Grunde sind diese Pilze vergleichsweise harmlos. Die wirklich gefährlichen Erreger kommen nämlich alle aus dem Reich der Bakterien. Man vermutet, dass in den Industrieländern etwa ein Drittel der Bevölkerung pro Jahr eine Lebensmittelvergiftung bekommt. Und auch wenn wir in den Zeitungen immer über Lebensmittelskandale bei den Herstellern oder bei irgendwelchen Caterern lesen, der Löwenanteil der Lebensmittelvergiftung geht auf Konto der Privathaushalte. Das heißt, ihr schludert. Und etwa die Hälfte wiederum dieser Lebensmittelvergiftung in Privathaushalten liegen an schlechter Lagerung. Das heißt, die Lebensmittel liegen zu lange rum oder der Kühlschrank ist eben zu warm. Der Kühlschrank sollte an seiner wärmsten Stelle nicht wärmer als sieben Grad werden, ist er aber meistens. Und deswegen ist der Kühlschrank nun der große Verschiebebahnhof für eklige Keime im gesamten Haushalt. Und zwischen Wurst, Käse und Gemüse wächst dann alle Arten von pathogener Mikroorganismus. Zuallererst natürlich Kohli-Bakterien, weil ihr euch die Hände nicht oft genug wascht und deswegen euren Darminhalt so nach und nach im gesamten Haushalt verschmiert. Das braucht ihr gar nicht zu leugnen, das ist einfach so. Weitere gelegentliche Gäste sind Staphylococcus aureus, den wir hier bei Spektrum zum Beispiel im Wasserfilter gefunden haben und dessen multiresistente Variante MRSA aus Funk und Fernsehen bekannt ist. Dazu Yasinia enterocolitica, ein Verwandter des Pesterregers, der bei kleinen Kindern blutigen Durchfall hervorruft. In einer britischen Studie aus dem Jahr 2005 haben Forscher herausgefunden, dass diese beiden Erreger in 6 bzw. 1% aller Kühlschränke vorkommen. Es gibt aber Untersuchungen, die auf deutlich höhere Zahlen kommen. Ein weiterer besorgniserregender Gast in unseren Kühlschränken ist Listeria monocytogenes, der Erreger der Listeriose, die in etwa einem Viertel der Fälle tödlich ausgeht. Listeria wohnt normalerweise auf Weichkäse, aber eben auch gelegentlich in Kühlschränken. In einer griechischen Studie haben Forscher Listeria in etwa einem Prozent aller Kühlschränke entdeckt, was dann auch den Ergebnissen der britischen Studie entspricht. Kurios ist, dass zwei der bedeutendsten Lebensmittelvergiftungserreger in solchen Studien meist nicht gefunden werden. Und das sind einerseits Campylobacter und andererseits Salmonellen. Die sind für einen beträchtlichen Teil der Lebensmittelvergiftung zuständig. Und deswegen vermuten Forscher, dass diese beiden Erreger tatsächlich in Kühlschränken wachsen, aber in einer Form, die auf diesen klassischen Kulturschalen nicht anwächst und sich deswegen versteckt hält, bis ihr mal die Mayonnaise eine Woche zu lange im Kühlschrank stehen lasst. Welche von diesen Erregern wir jetzt hier in unserem Spektrum Kühlschränken gefunden haben, das können wir so genau, abgesehen von den Kolibakterien und den leicht zu identifizierenden Staphylokokken, nicht feststellen, denn wir haben kein mikrobiologisches Labor. Andererseits haben wir natürlich auch auf unseren Kulturplatten so viele unterschiedliche bunte Mikroorganismen gefunden, dass wir gar nicht so sicher sind, ob wir das wirklich so genau wissen wollen. Zumal ja einige unserer Funde sogar Tentakel entwickelt haben. Aber macht euch keine Illusionen, der Spektrum Kühlschrank wird regelmäßig gereinigt, das heißt, was bei uns wächst, wächst garantiert auch bei euch. Mindestens. Ja, und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Wir werden alle sterben, dem Wissenschafts-Videocast aus dem Spektrum Bunker. Danke fürs Zuschauen. Das sieht doch auch schon vom ersten hin, gucken wir ihn infektiös aus. Der, ähm, ich weiß nicht, ob man ihn noch benutzt. Eigentlich hat er immer benutzt, um einen Container mitzumachen, aber ich glaube nicht, dass er den noch verwendet. Und dann können wir ruhig Proben nehmen. Die ist sowieso keiner mehr. Gut, ich meine, die großen Flecken sind ganz normaler, die ist kein Schimmel. Aber die kleinen sind tatsächlich irgendwelche fiesen Bakterien. Ich würde sagen, Kolibakterien. Das ist der Wasserablauf da hinten. Und wenn wir irgendwas wirklich Ekliges finden, dann im Wasserablauf. Ach Gott, das ist jetzt wieder so ein Eno-Zeus, verdammt. Wenn man sich das Tropfwasser sammelt, das halte ich für relativ ergiebig. Fantastisch, danke schön. Vielen Dank.